Musik Geoffrey Farmer ist mit erzählend theatralischen Arbeiten, für die er mechanisch Aufführungen mit sich stetig verändernden Licht- und Klangverhältnissen inszeniert und mit plastischen Collagen und Tableaus aus Bildern aus verschiedenen Bildbänden und Magazinen international bekannt geworden. Leaves of Grass, die auf der Documenta 13 gezeigte Arbeit, besteht aus Hunderten von Schattenspielgruppen aus Fotos, die der Künstler aus der klassischen amerikanischen Nachrichtenillustrierten live ausgeschnitten hat. Die Bilder stammen aus 50 Jahrgängen des Magazins von 1935 bis 1985, einer Zeit, in der Millionen von Amerikanern ihre Sicht der Welt aus live bezogen. Was soll das denn dann jetzt hier auf der Documenta? Ja, naja, die Geschichten, Geschichten aus den letzten Jahrzehnten, die hier eben auf einer zeitgenössischen Kunstausstellung gezeigt werden, so dass vielleicht jeder Bürger sich den Eindruck machen kann, wie haben denn die Amerikaner die Welt zu der Zeit gesehen, eventuell. Das heißt, es ist Vergangenheit, hat nichts mit der Zukunft zu tun oder wie kann man das heute interpretieren? Ich bin ja noch nicht ganz durch, vielleicht gibt es da ja auch was. Klar, am Anfang sind die Erinnerungen, wie war das? Manches kenne ich, manches kenne ich nicht. Also aus meinem, wie alt ich bin ungefähr, kann ich so manches irgendwie wiedererkennen auch. Und in die Zukunft weiß ich nicht, ob man das so in die Zukunft irgendwie setzen kann, kann ich nicht sagen. Gibt es denn Bilder, die Sie gesehen haben, die Sie besonders interessant fanden oder finden Sie irgendein System in der Zusammenstellung der Bilder? Ich vermute oder ich glaube, es war eine zeitliche Abfolge auch dessen. Und so habe ich Bilder, also die mir oder die mich in der Zeitgeschichte irgendwie aus den USA, irgendwie die ich mitbekommen habe, wiedererkannt, ob es jetzt JFK war und dessen Hochzeit oder die Krönung von Queen Elizabeth und sowas habe ich jetzt gerade entdeckt, dass man das irgendwie, ja, dass ich das wiedererkannt habe, genau. Würden Sie sich so ein Kunstwerk kaufen? Ja, also wenn es preislich erschwinglich ist. Ich finde es wahnsinnig schön und filigran gemacht auf diesen Stöcken und auch was dahinter für eine Arbeit ist, jedes Bild auf so kleine Stöcke sehr filigran aufgeklebt zu haben. Ja, würde ich mir zu Hause hinstellen, wenn es nicht so einstaubt. John, kann ich Sie kurz was fragen? Yes, I can speak English. What do you think about this artwork? I think it's fantastic. It's obviously very thoughtful, very well planned and it teaches you both about the history of our time, design, current issues. And what do you think once the artist expresses? He's expressing all sorts of things, but about the flow of time. And what do you think what the people are thinking about all these different pictures from American magazines? Well, it's obviously international in that Life depicted the world around us and Life magazine itself became a way of understanding the world that had never existed before and it shows how important images have always been and now with the internet obviously and the death of printed publications, things are changing. But does images today look similar? Sure, but in a different kind of a way, but there's the same basic humanity. I mean, you see the different styles in advertising and the different style in design and so forth. Okay. Thank you. We're from Artort TV. Can I just ask you a quick question? Sorry, I'm not speaking German. Do you speak English? Yes. Can I talk to you in English? Yeah, of course. What do you think about this artwork? Yeah, it's amazing. It's, I think we can summarize the history in a very spectacular and nice way. So what system do you see in this artwork when you walk through these pictures? Yeah, of course it's the time perspective and also feel that some special themes are in special sections. Do you have examples for sections he was putting together? Something about the war before and also, let's say, the war ended and then you come to the 50s and all the excess in consumption and things like that. And it's, I think there are several different. What have these old pictures to do on a modern art exhibition? I think it's amazing that you, as I said, you can see the history through this art. Yeah, I think it's another dimension that you really give with this, with the time perspective, especially here and also, especially from this magazine that document the time, the most important things or happenings during that time and see it like this. It's amazing. And then, of course, the amount of photos and all this is amazing. Do you have any favorite pictures you have seen? No, not a favorite. I think it's the combination that you really mix famous people with unknown people and all the other things that is documented here. So no, no direct favorite. So do you think there is developing a new story because of putting different pictures together? Yeah, absolutely. That's exactly that you really, when you see it combined like this, you then have new thoughts and things that you never thought about before. And so absolutely. No, it's amazing, really. Yeah. No, it's amazing.